Attacke! In voller Action geht's in den nächsten Part rein. So. Oh, voll das geile Easy-Tuch. Und willkommen zu 116. Hi. Hallo. Oh, jetzt kommt der Schwer. Das kommt mal vor, ne? Jetzt mal eine Frage. Ihr habt ja bald Konfirmation, ne? Ja. Freut ihr euch? Na, ich freu mich, wenn ich endlich mit Konfa durch bin. Ja. Ja. Scheiße, ich über Mann. Ich komme auch nur ein Quiefer. Zwei sogar. Ich frage mich auf das Essen. Weil ich das selber ausgesucht habe. Wir gehen essen. Wir auch. Ach so. Und ich hab selber ausgesucht, da wo wir essen gehen. Mhm. Wo denn? Zeig dir doch nicht. Boah. Scheiße aber. Scheiße. Scheiße. Nein. Hilfe. Beschäftigt. Nein. 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 Es gibt von mir. Doch, bei Woller. Schleichwerbung. Alter. Das wird mich ganz erschrocken. Kommt zum Typ oder gefallen, bricht sich erstmal was. Warte mal, Dominik, bevor du jetzt abhaust, pennen wir erstmal. Ja, hör mich auf, jo. Marco, schlafen. Jo. Ich bin unterwegs, Alter. Du weißt, Dominik. Ich hab was neben mir liegen, womöglich ich hauen kann. Geil. Man könnte es im Chat scrollen. Nein, nein. Ich weiß. Oh, Mann. Dann, ach. Ach. Ja, ganz schön. Schreibt das, nein! Schreibt das gleich nochmal. Wieso ist bei mir die Kurzschreibung an? Äh. Oh, hier ist ein Kleider-Vombie. Wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Darf ich das eine Pferd nehmen? Welches? Das gehört mit der Goldrüstung. Nein. Ich noch 3 Stück. Das ist Marco seins. Marco seins steht doch da vorne. Und das ist euer gemeinsames Haus. Das hat eine Eisenrüstung. Das ist eine Eisenrüstung. Reicht ein eins, ne? Alter! Warum ist ein Lagern ein Skelett mit einem goldenen Bogen? Äh, mit einem verzauberten Bogen. Mit einem goldenen Bogen. Ja. Krieg ich jetzt eins? Ja, von mir aus kannst du es mit Goldrüstung nehmen. Yay. Das kommt auch zurück. Ja, ich hoffe. Warte. Ach ja, stimmt. Die sind angebunden. Hallo. Hier. Hier. Warte. Hier ist die Leine. Nimm den Zaun mit. Zum anbinden. Wenn das Pferd wegkommt, dann bist du tot. Pff. Jetzt ist wieder sowieso. So. Das wollte ich gerade sagen. Wenn du jetzt nochmal stirbst, ne? Dann weck ich dich vom Server. Okay. Ich weiß, du kannst danach wieder raufkommen, aber... Ich weiß, du kannst danach wieder raufkommen, aber... jeder fragen wollte. Hast du noch... äh... die Captain Stone? Ja. Darf ich? Guck in den Kisten über den Öfen. So. Nehmen wir mal vier Stecks mit, ne? Jo. Das Problem ist ja jetzt, ne? Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Das Problem ist ja jetzt, ne? Ich weiß nicht, wo ich gestorben bin. Ah, ich weiß nicht. Hast du eigentlich schon gesehen, wo ich jetzt esse, Dominic? Hä? Hast du dir schon angeguckt, wo ich esse? Nein. Nein. Meine Sachen sind nicht mehr da. So, mit Ruhm. Hast du das Holz nach Hause gebracht? Nein. Oh, das ist noch da. Oh, Glückhaft. Das Holz? Ja. Ich wollte schon gerade die Sachen nehmen, die ich neben mir liegen habe. Oh Gott, mein Dank. Ja, blöft nur. So, stell' nach Hause. O4, vierter. Oder? Lass uns auf geht's? O4, vierter. Ja, ich bin da. Und dann morgens euch wahrscheinlich nach. Entsimal. Oder? Ja, ihr die. Die Meinungsmusik ist doch eigentlich GEMA-frei, ne? Ja. Ich mag dich, Notch. Du hast halt nicht mal etwas gemacht, was GEMA-frei ist. Pff. Also, was heißt endlich etwas gemacht, was GEMA-frei ist? Endlich hat mal jemand Musik entwickelt bei einem Spiel, die GEMA-frei ist. Pff. Ich mein, LS ist wahrscheinlich auch GEMA-frei, aber... Ja, bei Spielen ist alles GEMA-frei. Ne. Hier bei... Äh, wie heißt es jetzt? Wie heißt es später mal? Wo du da nicht... Wo du bei der ersten Mission gleich nicht weiterkommst. Äh, Saints Row 4. Genau. Da wurde auch Musik gespielt, die nicht GEMA-frei ist. Ich bin hier da und ich hab alles mit dabei. Gib mir das Holz, zum Beweis. Ja, warte. Ich muss mal das Pferd parken. Wenn du dich als Seher, äh, verantwortungsvoll zeigst, was jetzt sehr schwer wird, nachdem wir zu sterben, dann kannst du das Pferd behalten. Oh, das wäre nett. Wo bist du? Ach, das ist eine dumme Frage. Alles, was du sagst, ist doof. Wo bist du? Hier bist du ja auf... Nee. Du bist im Lager, ne? Jo. Hallo. Hallo. Bist du gerade am Lager umräumen, Marco? Nein. Gut. Jetzt mach mal hinne. Okay. Yes. Warte mal, wir haben jetzt... Bitte. Dankeschön. Ich nehm mal Lauf, gell? Und sterbe, gell? Ja. Au. Nein. Meine Geraden. Das hat keinen Sinn, dich aufzubringen. So. Ich hoffe, ich habe keine Zeit, ich habe mein Schwert. Er greift jemand an, der kein Verzeihung, der sich nicht verteilt kann. Du hast ein Schwert. Ja, aber so schnell konnte ich mich umblättern. Wieso deine Sachen liegen? Also. Oh, mein Schwert. Flo. Da. Danke. Marco? Ja? Könntest du mir nochmal kurz zeigen, wo du jetzt gedacht hast mit den Gängen von unseren Häusern? Ähm. Einer. Warte, zu deinem Haus, das wäre dann... Zu deinem Haus müsste erst noch freigeräumt werden. Also hier. So, das kann man vom Innengang besser zeigen. Hey Flo, komm mal. Ich stech mich ab. Hier. Hier müssen noch einmal durchgegraben werden. Dass da auch frei ist, so wie auf der anderen Seite. Und da an, an der Wand, äh, kannst du dann den Gang graben. Zu deinem Haus. Okay. Äh. Ich habe einen Auftrag für dich. Für wen? Für Marco. Ja? Äh, wenn du das Lager, also aus dem alten Lager in dieses Lager reinräumst, ne? Mhm. Dann kannst du mein Lager, was bei mir unten ist, komplett leer räumen und einsortieren. Okay. Ich wollte mir jetzt erstmal eine Schere machen und dann auch wieder auf in den Dschungel. Oder? Äh. Da kann ich ja in... Ich packiere mal alles ein, was ich nicht brauche. Okay. So. Warte mal, brauche ich das nicht mehr? Hä? Ich habe die Maus nicht mal gedrückt und ich schlage dich. Ich weiß. Da musst du mit der, mit deiner Handfläche, bist du da unten, äh, bei meinem Notbuch ist da unten eine Fläche, ne? Achso, wenn du nicht da hinten kommst. Wenn du da mit der Hand drauf kommst, dann schläge ich dir. Ah. Achso. Ich habe mich schon eine ganze Zeit gefragt, hey, wieso schläge ich immer, ohne zu. Ach, hier ist noch ein Slime. Okay. Da ist... noch ein Slime. Hier, Lukas hat mir gerade geschrieben, ne? Auf seinem Server war ein Hacker. Und der hat die ganzen Sachen, die ich da gebaut habe, zerstört. Cool. Also der hat alles zerstört, das muss ich sagen. Cool. Hast du einmal Wolle irgendwo? Einmal Wolle. Einmal Wolle. Licht in der Kiste, im Lager, wo ich meine ganzen Sachen hinterfache. Da liegt acht blaue Wolle drin. So, ich brauche mal kurz ein Bild. Hä? Wo denn? Komm mal mit. Ach, da unten. Hier. Da hatte ich acht blaue Wolle drin. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Äh... Also, kleiner Tipp an euch. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, dieses Video zu gucken, klickt einfach aufs nächste, weil im nächsten Video werde ich nämlich anfangen, den Geheimgang zu bauen. Ich werde jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Und... Ich werde jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Ach, das ist ein Geistbild. Flo, komm mal. Wo bist du denn? In, äh, mein Zimmer. Also, nur mein Sohn wärst du, ey. Papa, ich bin im Zimmer. Ja. Warte. Ein, hör. Ja. Also, hast du hier erst Bild? Für dich geil. Du hast gleich wie ich, oder? Das Text. Turm Park. Und anderes. Ich hab mal anderes. Oh, siehst du, siehst du, siehst du, gleich wie ich. Das ist gleich wie ich. Text von Beck. Also, du mal, komm, du mal hier in meinem Zimmer. Hier, guck. Marco. Na ja, kenn ich. Das Bild ist scheiße. Äh, Marco? Ja, dein Helm ist kaputt. Oh, ja. Da haben wir noch perfekt einschlafen. Und müssen die Füße bald kaputt. Ja, die sind auch als nächstes kaputt. Oh, einfach besser. Ich bin hier auf dem Bild. So, neuer Eisenhelm. Ach ja, was ist zu essen. Ich mach jetzt hier einen kurzen Stopp. Und ich muss nämlich mal eben was nachgucken zu diesem Geheimgang. Also, bis gleich. Tschüss. Also, die Folge ist jetzt vorbei. Tschüss. 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 Vielen Dank.